So, willkommen zurück und wir starten ein neues Kapitel und zwar ein tiefer Sturz. Los geht's. Ich vermisse die Zeit, dass das Artefakt uns einfach dorthin gebracht hat, wo wir hin mussten. Ein bisschen zu viel Fußarbeit für meinen Geschmack. Pass auf, da ist ein Loch im Boden. Was für... So, dann wollen wir mal. Sieht hier auch voll geil aus, ey. Übelst krass, ey. Komm her, du. So, wir müssen erstmal da hoch, da fügt die Küste runter. Hier haben wir so eine Art Rad. Na ja. Kriegen wir hin. Na, bleibst du drauf, jawohl. So. Können wir die Scheiße hier einsammeln? Na, los, kommt her jetzt. Der ist Schurken, ey. Na, komm. Na, wunderbar. Oh, das sammeln wir auch noch hier ein. Boah, war die knapp, ey. Ah, die machen wir hier wieder hoch, um das Tor aufzumachen. So. Und dann können wir hier weiter. Oh, Mann, ey, was ist denn das hier? Warte mal. Oh, Gott. Scheiße. Fast. Na, 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 na. Boah. Boah. Kacke, ey. Na, wunderbar. So, dann können wir hier erst mal rüber. Boah. Was ist das denn, ey. Boah, da kriegst du ja eine Macke, ey. Oh, komm, 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 komm. Boah, warte mal, den holen wir uns noch. Ach, verdammt. Jawoll, alter, jawoll. Jawoll. So muss jetzt sein. Richtig geil. Es funktioniert doch. Richtig, haben wir. Sehen wir uns im nächsten Kapitel wieder. Haut da rein. Bis dann.